Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3 hier auf dem Berg. Wir suchen einen Djinn für Yennefer, damit er den Wunsch von Geralt zurücknimmt. Ich kann sie ja verstehen, aber... Wir sollten das Schiff untersuchen. Ja, machen wir gleich. Er hat sich ja irgendwann mal gewünscht, immer mit ihr zusammen zu sein. Und jetzt will sie rausfinden, ob... Ja, wenn sie sich da immer treffen, ob das jetzt tatsächlich irgendwie Gefühle sind oder halt der Wunsch. Das ist eine Schere, das ist doch interessant. Da liegt ein Krug. Nichts Interessantes. Quintkarten. Eine Rune. Können wir irgendwo irgendwie runter? Da? Hier oben irgendwas zum Looten Interessantes. Ne, nur Yennefer, die... ...in die Ferne guckt. Naja, viel sieht sie nicht. So, da ist auch nichts... Ah, hier geht's... Oh, herunter. Jetzt wieder unser... Interessant. ...unser Feind zugeschlagen, die Treppe. Das sieht doch aus wie so eine Gin-Flasche. Die holen wir uns zuletzt. Mysterium der Mysterien. Agnes von Glanville. Ja. Willst du mir jetzt sagen, dass ich das lesen soll? Oh. Das Imperium der Elemente, von Gian Battista. Äh, ja? Der Magier muss hier geschlafen haben. Aha. Da ist das das Relikt... Äh... Okay, hier könnte überall so ein Gin drinstecken. Naja. Hm, hier gibt es nichts Interessantes. Was ist das? Nichts Interessantes. Ja, wir können es aber sagen, was es ist. Ist es ein Fernrohr oder ein Gefäß? Das sieht eher nach Fernrohr aus. Was mag das wohl bedeuten? Eine Flasche. Wohl möglich leer. Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Ja. Lut. Da wurde jemand übers Deck gezogen, oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Können wir... Aha, interagieren. Hebt mal an. Ja. Sehr schön. Yen, das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Amos. Er sieht genauso aus wie im Buch. Nur weil sein Kopf dort noch intakt. Ein bisschen zermatscht. Meinst du, der Djinn war das? Nein, er würde seinem Meister nichts tun. Sieht eher nach einem Unfall aus. Als der Sturm losbrach, hat Amos wahrscheinlich gesagt, bring uns weg, irgendwo hin und wenn's auf einen Berg ist. Und der Djinn hat ihn beim Wort genommen. Sie sind hart gelandet. Amos prallte gegen die Wand und das Bücherregal hat den Rest erledigt. Hab's immer gewusst. Zu viel studieren bringt einen um. Genau. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Bravo. Komm an Deck. Ich hab ne Idee. Die Kälte hat die Leiche konserviert. Ist wohl an einem Schädeltrauma gestorben. Das Bücherregal ist ihm auf den Kopf gefallen. Muss ne ziemlich harte Landung auf dem Berg gewesen sein. Okay. So, aber hier die Flasche. Doch, können wir auch noch untersuchen. Was mag das wohl bedeuten? Anscheinend nichts. So, dann da ist nichts mehr. Alles gelootet. Dann schauen wir mal. Wo Yen ist. Yen? Yen. Hallo. Wo ist er denn hin? Geh mal einen Schritt zurück. Bitte. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Ich will nicht auf dem Boot kämpfen. Ich will nicht auf dem Boot kämpfen. Okay. Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Die Schwäche stehen? Au! Au! Wie schmeckt ihr das selber? Hup! Au! Nur noch ein bisschen! Ich spüre, wie er schwächer wird! Ich spüre, wie er sich in die Sphäre ist. Hab ich dich! Dein Meister konnte seinen letzten Wunsch nicht aussprechen. Ich kann dich nicht bannen. Wir können noch ewig so weiter kämpfen. Oder ich lass dich frei, wenn du eines für mich tust. Siehst du den Zauber, der uns verbindet? Nur ein Djinn kann den Zauber eines anderen Djins brechen. Tu es! Dann bist du frei! Du bist frei! Okay, runter vom Schiff. Der Sturm ist vorüber. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Ah, doch nicht da in die Kälte! Können wir nicht irgendwo, wo es warm hier ist? Hey, wir haben den Djinn besiegt. Wir werden besser. Beim letzten Djinn haben wir halb Rinde verwüstet. Ja, wir sind ein gutes Paar. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Tja, ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. Vielleicht, vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas, dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet. Ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden. Dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Vielleicht hat uns der Djinn ja auch reingelegt. Warum? Ich spüre nämlich auch keine Veränderung. Ich liebe dich, Yin. Und ich liebe dich. Doch nicht da. Viel zu kalt. Au, was war das? Es kann nicht alles eitel Sonnenschein sein. Seltsam. Wir haben das so oft getan, aber das hat sich angefühlt wie unser erster Kuss. War er ja auch irgendwie. Ach, nach einem Ich-liebe-dich sollte ein Kuss auch anders schmecken. Können wir nicht zuerst wegporten und dann? Vielleicht sollten wir ein paar andere Dinge ausprobieren. Amos' Kajüte sah gemütlich aus. Nicht so schnell, Geralt. Wir haben später noch genug Zeit für gemütliche Kajüten. Na gut. Aber die Welt wird nicht enden, wenn wir hier eine Weile sitzen. Ja, aber... Hämorrhiden und so. Und bei ihr eine Blasenentzündung. Meist ist schön. Die Geister von Skellige sind uns gewogen. Ja, nachdem wir einen Garten zerstört haben. Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Vysima. Yen, was vorhin passiert ist... War sehr schön. Lass es uns nicht mit den Einzelheiten ruinieren. Ich werde den Baron aufsuchen, Uma mitnehmen und dann nach Kermor hin weiterreiten. Ich werde dazu stoßen, so schnell ich kann. Bis dann, Yen. Pass auf dich auf. Muss ich nicht auch nach Vysima? Ach Gott. So. Tja. Was können wir denn hier alles einlagern? Freischärderstiefel. Okay, die sind besser als was wir haben. Die Rüstung bleibt mal da. Das können wir auch verkaufen. Okay. Äh, nein. So, fortfahren. Äh, Ausgang. Sieh dir immer lang, würde ich singen. Aber jetzt hängt er in Europa für 40 Mädels. Sieh dich vor den Banditen im Hochland vor. Ja. Kann ich machen? Wieso habe ich nichts mehr auf meinen Schnellzugriffsdingern? Was, Blut? Man weiß es nicht. Was macht die Hexe, wenn keine Basilisken, Waldscharte oder Riesen in der Nähe sind? Frauenverführen. Oh, vielleicht gibt's hier einen Regenböden. Okay, das ist Baron. Da wollten wir dann nicht hin. Das wollten wir machen. Zu Ehren der Göttin. Über den Heldenlauf. Ja, ja. Wo war... Wo war denn da? Eigentlich da, wo wir nicht mehr hin sollten, ne? Da... Aha. Rejas Garten. Da hin. Na gut. Äh. Hüpp. Zack. Dann gehen wir da mal gucken. Von wegen unserer Belohnung. Sehr wahrscheinlich gibt's da nix, weil wir hier den Garten zerstört haben. Wobei wir waren's nicht. Es war ja Jennifer. Wir haben uns ja da... ...mit Händen und Füßen gewehrt. ...hast du noch nicht genug angerichtet? Für... ...Gewesel. Gibt's uns Liebe, Hass und Stärke. Ich weiß, es geht dir besser. Aber für eine Reise bist du noch zu schwach. Danke. Aber ich will eure Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Außerdem wird es Zeit, dass ich nach Hause gehe. Die halten mich doch alle für tot. Keine Angst. Sicher warten sie auf dich. Ich rede mal mit Kuris. Willkommen im Tempel der Freya. Ich bin Kurisu. Wie kann ich helfen? Nix. Du hattest einen Namen, deswegen wollte ich mal nachfragen. Bist du Novizin? Du bist doch niemals eine Priesterin. Meinst du? Hm. Du hast gute Augen, auch wenn du nicht ganz richtig liegst. Ich bin weder Priesterin noch Novizin. Ich bin von einem Piratenschiff geflohen und wurde verwundet. Darum bin ich hier. Die Schwestern Astrid und Dalla haben mich am Strand gefunden. Ich war fast tot. Sie brachten mich in den Tempel und pflegten mich. Ich schulde ihnen mein Leben. Was für ein Abenteuer. Hast du ein Zuhause, zu dem du zurückkehren kannst? Oder bleibst du hier? Ich habe einen Bruder auf Art Skellig. Der ist sicher verrückt vor Kummer und sucht mich. Sobald es mir wieder gut geht, suche ich mir ein Langschiff und fahre nach Hause. Bruder auf Art Skellig. Wir könnten ja hinporten, wenn du mir irgendwie einen Brief mitgeben könntest. Von wegen, dass er sich keine Sorgen machen braucht oder sowas. Da können wir uns hinporten. Bis dann. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag. Ich habe noch ein paar Fragen. Morgwag. Nie gehört. Was genau ist er? Nicht was, sondern wer? Der schlimmste Mann, den es auf Skellige je gegeben hat. Nichts war ihm heilig. Er plünderte die Ländereien seines eigenen Clans. Nahm Gold von Nilfgaard. Er mordete Schwangere und K... Ich kenne solche Typen. Es hieß, er fürchte nur eins. Und dies heimlich. Den Zorn der Götter. Morgwag beschloss, alle eines Besseren zu belehren. Auch sich selbst. So kam er nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu plündern. Das war vor vielen Jahren. Die Erzpriesterin Ulve verstellte ihm den Weg. Er erstach sie und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie Morgwag und er verwandelte sich in ein Monster. Es kann sein, dass ich diesen Morgwag schon getroffen habe. Ist das ein Wehrwolf? Ich weiß es nicht. Ich... Ich habe ihn noch nie gesehen. Hm. Das ist nicht so falsch. Schade. Ich hatte gehofft, dass du mir mehr über ihn sagen könntest, was mir bei meiner Arbeit hilft. Du könntest mit Torda, Sohn des Einar, sprechen. Er hat Morgwag und seine Männer in den Garten einfallen sehen. Leider war er der einzige Pilger, der diesen Tag überlebt hat. Er wohnt in Larvik. Ach so, das ist der... Dort findest du ihn am Anleger, falls er nicht auf See ist. Mit dem haben wir schon geredet. Ist ja gut. Der Fluch... In der Mitteilung stand nichts von einem Fluch. Alle, die hier leben, wissen davon. Mag sein, aber ich lebe nicht hier. Ein paar Informationen wären nützlich. Erzpriesterin Ulva hat den Fluch gewirkt. Mhm. Das sagtest du schon. Er bindet Morgwag für immer an den Garten. Dahin kehrt er auch zurück, wenn er getötet wurde. Ich bin wegen meiner Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Morgwag ist erledigt. Für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Du gibst uns Liebe, Hass und Stärke. Okay, bisschen Geld haben wir bekommen. Eigentlich wäre es ja auch nicht nötig gewesen. Du gibst uns Liebe, Hass und Stärke. Wir haben ja hier zerstört. Wir hätten es ja jetzt hier irgendwie schwecken können. Was ist hier schwecken? Können wir nochmal mit der anderen hier reden? Moment. Schreib einen Brief. Sei gegrüßt. Was bringt dich her? Bis dann. Okay. Sie will keinen Brief schreiben, den wir ihren Bruder geben können, damit er sich keine Sorgen mehr macht. Oder eventuell hier ein Schiff wieder schickt. Ich weiß ja auch nicht. Okay, ich würde sagen, ich mache dann hier an der Stelle Schluss. Und dann gucken wir mal. Liebling, die wir mal. Da, 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 da. Liebling, da, da, da. Genau. Markieren wir schon mal. Weil hier die Tochter müssen wir ja noch suchen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ich Halbier! Das machen wir ja auch. Ich halbier! Ich halbier! Aber das machen wir ja auch! Ja, ich halbier! Vielen Dank.